Wir haben sonst keine wirklich großen Möglichkeiten, unseren Devastator zu steigern. So, jetzt gehen wir aber weiter hier zum M, die nächste Mission, ab in die rote Zone, weil da bin ich jetzt echt schon neugierig, falls wir noch mal irgendwann hier ein paar Packages brauchen oder sowas, können wir noch zurückkehren, falls wir irgendwie zu schwach sind oder sowas. Aber was anderes ist das ja eigentlich gar nicht, bringen wir uns ja nur Mutationen, die Bonusaufgaben. So, da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zur Luftbrücke, irgendwie, vermute ich mal. Ja, nehm ich mal an. Dana Mercer behauptet, dass Maya Hellas Tochter an noch am Leben ist. Na ja, müssen wir wieder zurück zur Luftbrücke oder sowas in der Art. Um dann, da mit zu fliegen. Vielleicht können wir dann sogar selbst fliegen. Endlich mal. So, das ist auch meiner. Hier in der Boque. Oops. Ach Mann, fuck. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Katapult 41, ready to go get Athena? Get an Airborne ASAP Sind schon da Alter, sieht nicht nett aus jetzt Ich glaube die Rotation ist schon ordentlich verpestet All Katapult Choppers, this is Locksmith Welcome to the Red Zone Your rendezvous with Katapult 43 inside Alpha Katapult, all due respect I thought we were going after Dana Mercer Don't you worry 4-1 We have a signal truck inside Alpha That's been tracking Dana Mercer's location Our mission is to protect that truck We do that, we find that bitch So, noch sieht's ja hier relativ normal aus Warum leckt das denn gerade so krass? Alter, was ist denn mit dem Spielgart los? Oh, das war's Okay, das sieht nicht mehr so normal aus Strange, das Spiel hat die ganze Zeit nie gelegt Und jetzt wo es ein bisschen was zerstörtes findet Sie leckt das Okay, das sieht jetzt echt nicht mehr so normal aus Krass, was hier los ist Ach, hier auch Oh, oh Die halben Häuser einfach mal so angetangelt Boah, jetzt sieht das hier aus Verteidigung Epsilon um Objekte zu zerstören Verstehe ich gar nicht Epsilon um mein Berg zu zerstören Epsilon um mein Berg zu zerstören So, wie war's das jetzt mit Y? Versteh ich immer noch nicht Ich höre einfach die ganze Zeit Y Epsilon Für sowas war's Oder was? Immer noch kein Plan Aber gut, wir haben unser Bonusziel erreicht Was schießt denn da so? Vielleicht ist noch was Vielleicht ist noch was Oh, na toll Warum greifen die Infekte überhaupt an? Nein, 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 nein Nicht auf mich schießen Wow Das schießt denn da tatsächlich auf mich Wow Ja, acht Alter Geh weiter Oh, zu weit unten Wah Oh, Mann Ist gar nicht so cool Die Telemetrie, Truck verliert auch Gesundheit Alter Nee, keine Chance Keine Chance Viel zu krass Da ist was Kommen gleich die Dinger hier Kommen gleich die Dinger hier Ah Junge Scheiß Viech Ok, die haben wir Wo schießen die denn noch weiter hin? Ja, nein Was ist denn ernst? Da f**k Landen, landen, landen Landen Kommt halt schnell rein Ja Oh Gott Oh Gott Ist da was los? Oh, die rote zone verspricht aber, äh, die heißt uns schon echt herzlich willkommen, ne? Muss man schon so sagen, ey Muss man schon so sagen, ey Was schießt der denn dann die ganze Zeit auf mich? Ups Da müssen wir hin Scheint da ja halbwegs, äh Scheint da ja halbwegs, äh Sicher zu sein, wobei das auch voll unterm Angriff, voll unterm Angriff steht Was ist denn mit dem Helikopter machen? Was ist denn mit dem Helikopter entführung entlangt? Wer ist denn mit dem Helikopter entführung entlangt? Wie der f**k hast du mein Nummer? Jeder im Blackwatch hat dein Nummer jetzt Heller? Oh, sch** Sie wissen, dass ich hier bin Okay, ich schreibe dir einige Koordinaten Wir treffen uns in einer Stunde, verstehe ich? Ich werde da sein Gibt es noch normale Überlebende? Wusste ich gar nicht, dass es hier noch normale Überlebende gibt Aber gut Checkbox In Chinatown Da unten Haben wir dich? Aber wenn es Überlebende gibt, dann auf den Häusern, ja, auf den Dächern Archival-Rekordung, 22 Tage vor Ich meine, was ist denn unter den Straßen los? Ne, also mal im Ernst, hier kannst du doch nicht mehr leben Was sagst du, Ravi? Sie starten zu denken? Ich weiß noch nicht, Sir Und selbst Einsatzteams sind jetzt hier oben, oder was? Haha So Oh, da war es so ein Brawler? Ne Die haben den erforscht, oder? Ein Brawler stirbt doch nicht mit einer Hammerforscht So Ich würde sagen, bevor wir jetzt auch zum Den absorbieren wir noch So Ich würde dich haben Genau Und tschüss Oh Wie viele So Aber jetzt werden wir Na, noch die Blackbox mitnehmen und dann So Speichern wir aber ab So Klick So, einmal abspeichern So, speichern Und, ich bin nämlich schon ziemlich müde Ja, 65% Wir, äh, machen jetzt hier einen Break Und, ich wünsche euch was Bis zum nächsten Mal Euer Rio, ciao Oh So 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 Bis zum nächsten Mal